Servus Juliang, kannst du mit mir einen kurzen Rundgang durch die Polytechnische Schule kurz machen? Ja passt, kein Problem, starten wir mal. Jetzt gehen wir zuerst zum Bereich Holz. Jetzt gehen wir noch durch die Dior hoch und das haben wir bei der Metalltechnik. Ok, dann gehen wir noch zum letzten technischen Bereich, die Elektriker. Jetzt hast du schon mal die Küche gesehen und dann gehen wir noch zum Computer an. Was machen sie jetzt eigentlich gerade in einem Fach TV? Am Anfang der Stunde befassen wir uns mit einem Zehnfingersystem und nachher arbeiten wir mit Word, Excel und anderen Programmen. Jetzt schauen wir uns noch die Klassen an und nachher gehen wir zur Frau direkt oben. Unser Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler, die die BTS verlassen, ein möglichst umfangreiches Bild über die verschiedenen Berufe und Arbeitsmöglichkeiten bekommen, um sich dann eben richtig entscheiden zu können. Musik 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 Musik